Hallo YouTube! Schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Adventskalender 2021 Dörrchen Nummer 6 In unserem Fall ist es ein Tütchen Tütchen, genau. Ja, gestern, ich hoffe euch, die haben die Folgen bislang gefallen, mir auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch freut auch heute, dass wir mal was anderes gemacht haben, im Vorspann und im Abspann und ja, wir machen immer noch unseren Porsche Diesel Junior 108. So, Luca, sollen wir loslegen direkt? Ja. Holst du meine Nummer 6? Ich weiß schon. Hast du wieder einen halben Tag davor gehangen, ne? Ja. Ja. Kinder, ne? Da kannst du machen, was du willst. Die stehen einen halben Tag vor dem Adventskalender und gucken, wo denn das nächste Tütchen ist. So. Ja, dann komm. Warte, ich mach den Till. Ja. Hopp. Mann, 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 bist du ein schwerer Genoss, sag mal. Ich mach. Hier. So. Da war die 5. Wo ist die 6? Ne, hier, wir müssen nach den roten Nummern gehen. Da ist die 5. Wo ist denn die 6? Hier. Ja, die rote 5. Äh, 6. Die rote 6. Da. Ja. Ja, weil das Tütchen Nummer 6 ist. Also, wir müssen den Leuten das zeigen. Also, wir haben hier unsere schöne Bauanleitung. Ich guck mal, ob ich die Kamera ein bisschen nach... Halt mal fest, bitte. Ja. Ob wir die mal eben ein Stück nach unten kriegen. So. Warte, ich halte die... So. Wir haben hier... Ne, hör mal auf. So. Wir haben hier einmal unsere Bauanleitung. Und hier unten ist die 5, die rote. Na, wo ist sie? Da. Da habe ich jetzt meinen Finger. So. Und hier oben ist die rote 6. Die Kästchen sind alle mit Zahlen verknüpft. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, ne? Und so weiter. Und machen die Nummer 7. 7. Genau. Jetzt machen wir aber erstmal die 6. Und... Oh, das wird schön. Das werden die Reifen. So. Jetzt muss der Papa aber erstmal bitte wieder... Machen doch die Reifen. Nein, heute kommen die Reifen. Da. Wir bauen heute die Reifen zusammen. Oh. 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 Aber hier, das? Guck mal. Das haben wir gestern gemacht, ne? Oh. Oh. Ja. Oh. Wir müssen immer nach den roten Zahlen gehen, du Nase. Habe ich dir das nicht gesagt? Nein. Oh. Hast du vergessen? Gib es dazu. Nein. Doch. Langsam. Da sind auch kleine Teile dran. So. So. Jetzt machen wir hier erstmal wieder unsere Mülltüte wieder auf. So. Und ich bin der Meinung, wir müssen gleich einmal nach oben greifen an unsere Kiste. Schale? Weil... Schale? Da ist auch noch was drin. Ja, gleich. Einmal stehen bleiben hier. Auch einmal eine Schale dann. Ja, die brauchen wir auch gleich, weil wir müssen da noch was von abgreifen machen. Oh. So. 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 Fertig? Mhm. So. Guck mal. Hier haben wir den Gummireifen. Ja. Du musst aber keine Grimassen ziehen. So. Ich mache euch mal wieder die Cam an. Zack. Da ist sie. Hallo. Haha. Hallo. Hallo. So. Dann ziehen wir jetzt mal den ersten Reifen hier auf die Felge. So. Oh. So. Das ist nicht gut. Not gut. Moment. Zip. So. Hier ist der erste Reifen. Auf der Felge. Ne? Der Vorderreifen. Wir fangen wieder mit der Vorderachse an. So. Ich meine. Es geht ziemlich schwierig. Und dann können wir gleich abkneifen. Mein Hase. Ich das eigentlich mache. So. Du hast mir jetzt. Ich wollte erstmal gucken, ob das richtig drin ist. Die ich hier mal sofort aus der Hand nehme. Weil sonst muss ich dich mal auffressen. Haha. So. So. Jetzt hier. Hier. Frechdakt. Kannst du einfach hier hinstellen. Hier. So. Und an der Seite. Genau. Super. Haben wir das auch erledigt. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen abkneifen. Äh. Wie ist heute die Nummer 6? Nein. Da ist die 6. So. Hallo. Werkzeugmacher. So. Hier. Oben. Du musst nur halten. Papa. Packt hin. Da rein. So. Einmal. Kannst du das mal so halten? Sonst habe ich gleich Angst, dass du mir meinen Finger abknipst. So. Zwei. 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 Genau. So. Das wäre das. Und jetzt müssen wir. Noch was abkneifen. Ja. Und was das wäre. Dann muss man jetzt gucken. So. Ist das auf A? Das und das nur. Ja. Das brauchen wir zweimal. Besuch. Nein. Aufpassen. Das sind ganz kleine Teile, Luca. So. Und zwar die hier. Und da müssen wir jetzt gucken, welche Nummer das ist. Das ist hier die 20 und die 24. Und die eine ist 20. So. Das heißt wir müssen hier. Guck. Einmal da abkneifen. Den mache ich eben schnell. Das ist die 20. 60. Ja. Das ist ein ganz kleines Teil. Deswegen. Ich habe ja gesagt, meine Frau hat die Teile dran gelassen. nicht so. Luca. So. So. Dann haben wir das auch. Ja. Da seht ihr Leute. Mal links mal hier vor die Reifen. So. Das ist der andere ist hier. Ist wieder runter. Ne. Der ist nicht wieder runter. Du zappel Philipp. Hast du mich wieder voll aus dem Konzept gebracht. Ja. Du. Ich bin doch ein Limmel. Ja. Gut. Das mal selber zugibst. Jetzt haben die Leute das gehört. Ah. So. Dann. Bauen wir das jetzt mal zusammen. Also. Ich drehe jetzt mal die Kamera ein bisschen nach da. Und jetzt müssen wir mal schauen. So. Also einer ist ja rechts und einer ist ja links. Ja. So. Das heißt wir müssen. Hä? Oh. Gibt's ja nicht. Okay. Da geht das nicht drauf. Okay. Da geht das nicht drauf. Ach. Ach. Der will aber auch nicht weiter runter. Okay. Ist der so? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann nicht sein. Guck doch mal mit mir. Nö. Hm. Doch. So. Also der ist... Ah, jetzt. So. So hier. Ja. Hab' ihr schon? So. Damit wäre der erste Reifen gleich fertig. Ich hab grad gesehen, wir müssen noch was abknipsen. Was? Die 26 und die 22. Hast du recht. So. Nein. Sitzen bleiben. Einmal aufstehen. Ich hab's gehört, Luca. Ich hab's gehört. Jetzt vorsichtig. Leg's auf den Tisch. Leg's auf den Tisch. Oh, diese kleinen Teile. Wo ist das denn jetzt hingelegt? Da. Ich hab's gesehen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also. Das wäre der linke Reifen. Der ist jetzt schon mal fertig. So. Das ist links. Lass den mal bitte liegen, weil der Papa muss jetzt echt gucken, wie rum das hier dran muss. Schon. So. Und das ist der rechte. Jetzt kommt hier noch die Kappe drauf. Aber. Moment, Luca. Ich möchte noch was sagen. Ja, kannst du gleich machen. Lass uns jetzt erst unsere Arbeit hier fertig machen, denn wir müssen nämlich nochmal kneifen. Ich mach's. So. Wir müssen jetzt nur gucken, welcher das ist. Boah. 22, 26, ne? Knapp ich mal hier rein. Da. Wo Papas Daumen ist. Da unten. Genau. Knapp ich mal ab. Und einmal umdrehen. Die Zange. Umdrehen. So. Die Zange gibt's dem Papa jetzt aber bitte nochmal. Weil das ist jetzt. Hätt ich's. Mh. 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 Aber ich hab den Mund gerade nicht frei. Ich kann gerade nicht anders. Was ist denn? Mh. Mh. Mhzen. Mh, Henn. Mh, Henn. Ist das nicht... Ich darf dich nicht hören. Ich darf mich nicht hören. Du kannst mich nicht hören? Ich mich aber um einmal umso besser. Ey. So. Jetzt haben wir hier, Moment, da ist ein Teil, da ist das andere, gut, so jetzt müssen wir hier, das finde ich auch wieder, das ist ein Mikroteil und das soll ich hier mit meinen Griffeln reinkriegen. Da auch? Ja. Ah, okay, das ging doch einfacher als gedacht, da ist es, dieser kleine rote Punkt musste da einfach nur rein, guckt mal. Okay? So. Und jetzt mal aufpassen. Ich pass doch auf. Nee. 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 Okay, ein bisschen. Viel. Na. Der will nicht. Du bist ja der erste mal. Nicht so rum. Aber da musst du mir nicht sagen. Immer noch weiß rum. Nein. Doch. Nein. Doch rum. Da ist drin. Hä? Ah. So. Aber der hintere hält, finde ich. Darf ich jetzt was sagen? Was möchtest du denn sagen? Ja, das heißt, da mal nach oben, die Dottel und die Dottel abwachen. Da darfst du auch deine vierzweine Possen. Ja. 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 Ihr habt's gehört. An Fessellettern saß ich 21. Und tut mal, bei mir, da habe ich auch vierzweine Possen geladen. Das steht einfach so. Auf meine Uhr. Auf meine Uhr. Ach so. Ja. Okay. Aber es ist nicht lange da. Es ist nur bei mir. Und bei anderen nicht. Okay. Ja. So, meine Lieben. Das war's schon wieder. Zwei Teile mehr. Vom Porsche Trecker zusammengebaut. Und ich freue mich, dass ihr dabei gewesen habt, dass ihr die Folge geschaut habt. Von daher. Bis dahin. Deut. Euer Kolke. Und da. Tschüss. 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 Tschüss.